mal beginnen mit dem ersten spiel das spiel kein sound schau mal, wer das normal shiften kann ich habe einen käfer in der bude ich denke gerade, was für den schatten ist denn das hier fullscreen, ja safe gehen wir mal zurück ganz kurz den sound so ein bisschen hoch ja, ein bisschen, ne so da ist das spiel, mal gucken ich weiß ja nicht, wie laut das gleich wird so, als allererstes heute Abend wollte ich Jonas Live spielen ist von Back to Basics Gaming, kam am 1. September das ist ein Indie-Horror-Game, Psycho-Elemente und, und, und und ich würde sagen, wir starten einfach mal New Game alles klar, jetzt sind wir gerade aufgewacht kann ich mich E F geht weg ah gucke mal kein Mensch auf der Straße, oder? wie ausgestorben Apokalypse genau, oder so okay da haben wir den Schlüssel Front Door Key okay ja kann ich gar nicht mitnehmen hier ist mein Bett das Buch da sehen wir irgendwas oh, ist ja hübsch so, hier don't forget movers come at 6 äh okay das ist noch nicht ganz aufgewacht also, bewegen können ah ja, so dunkel ist es gerade nicht oh, schön, oder? herrlich das ist der Schrank soll wohl einen Schrank darstellen da brennt die Mülltonne come on press E to open alles klar da steht was das kann nicht scheitern nicht immer doch my flashlight okay ah, wir müssen uns jetzt merken wo alles liegt wahrscheinlich why did I put this here? jo gute Frage wir sehen uns nicht alles klar merken wir uns Taschenlampe Handy liegen im Badezimmer ich werde euch jetzt das Spiel auch nur kurz zeigen na also ich werde das Netz nicht durchspielen die sollte ja auch noch selber gucken können wir die irgendwie bewegen können wir springen ja, wir können springen da kommen wir aber nicht weit das ärgert mich gerade ich dachte eigentlich wir könnten die aufnehmen wie Sachen nee das geht nicht na gut jetzt müssen wir glaube ich nach unten wir spielen übrigens diese hallo hat jemand geklingelt na gut ein großes haushauen aber ist noch gar nicht richtig eingezogen war also der Sound alleine ist schon sehr creepy das ist die haustür die ist auch verschlossen da hatte gerade jemand geklingelt da liegt ein Spiegel und um diesen Spiegel geht es auch mit diesem Spiegel sollen wir wohl Sachen sehen press E to open den nehmen wir jetzt aber noch nicht auf wir wollen uns ja noch ein bisschen umgucken ja hier liegt noch nicht so viel Küche ist auch sehr dunkel kann man hier Licht anmachen nö das geht nicht oh schöne Details ne schön am rosten hallo lebt hier jemand sieht nicht so aus ok hintertür da ist auf jeden Fall noch eine Lampe die geht auch nicht an können wir alles nicht anmachen hat aber noch nicht richtig eingerichtet hier war kein Mensch auf Straße wer hat denn gerade geklingelt ja gibt es ja nicht so wow das qualmt vor der tür da haben wir unseren müll press E press Q to throw away damage old mirror so ich würde sagen wir haben es jetzt aktiviert ja der war oben oh ja jetzt wird es jetzt wird es lustig ne hier nicht ne da war die flashlight da ist mein Zimmer so so wie ich jetzt what kann mir das Kinder lachen jetzt ja ähm ja guck dir das mal an jetzt schon Gänsehaut gefällt mir nicht also wieder runter wieso gehst du jetzt auf muss das sein ich muss mal ganz kurz ein Stück Kaffee trinken bevor ich so wollen wir mal ist nicht der Spiegel da oder mein Telefon nicht auf dem Klo war das oder war das doch ich hätte telefon liegen ja auf dem Bottich also wieder hoch das gefällt mir jetzt schon nicht hallo nein ich guck dir jetzt nicht was was why do you ignore me wo ist meine Taschenlampe wow wow will ich das irgendwie zumachen nee alter also wenn das jetzt nicht creepy ist dann weiß ich auch nicht also ihr könnt mir ja mal sagen ob ihr das weiterspielen wollt oder ob wir das nächste mal weiterspielen sollen ich wollte jetzt erstmal nur einen kleinen vorgeschmack von diesem spiel zeigen und wenn ihr das toll findet dann machen wir das zum nächsten mal wieder ich würde nämlich jetzt cut machen das ist gerade in dem Moment sehr guterlich und wir sehen das am nächsten samstag ich habe ja überlegt wir lassen den samstag als hausfühlen na aber ich glaube das könnte uns allen gefallen so dann switchen wir mal zum Hauptgame von heute so quit